Hallo und willkommen zu meinem Vlog von LoopMame 1.5 aka die Summer Edition. Mehr oder weniger eigentlich ein Recap, ich nenne es aber trotzdem Vlog, weil es einfacher zu verstehen für alle. Wie man sehen kann, ich bin nicht mehr in Kassel, das Event war schon vorbei und ich weiß schon was alles geiles passiert ist und nehme jetzt quasi so ein kleines Prä-Intro auf. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Video hier mit Kopfhörern anzuhören. Ich weiß, das hört man in jedem Reaction-Video und diesmal sind es leider nur Handyaufnahmen. Aber selbst für Handyaufnahmen, ich habe beides ausprobiert, um den Ton abzumischen. Es lohnt sich schon, das mit Kopfhörern anzuhören, das ist viel, viel geiler. So, jetzt die perfekte Überleitung. Es wird natürlich auch Videos mit guter Qualität von dem Event geben und zwar auf dem offiziellen Loop Mayhem YouTube-Channel. Verlinke ich irgendwie noch unten in der Beschreibung oder so, keine Sorge. So, damit habe ich denke ich mal jetzt aber eh schon genug gelabert. Wir legen mal los. Super – Länge, das wird geändert. War – Lange, das wird geändert. So, from Lange, das wird geändert. Töhnischer. So, das wird geändert. So, das wird geändert. So, das ist ein Teil von der Reaction-Lehrung. Hey, 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 hey Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020